What the fuck, Alter. Achso, wolltest du nicht irgendwie noch mit dem Templar fahren, oder war da nicht irgendwas? Ja, aber... Achso, ja gut. Ich hatte das nur irgendwie nebenbei gehört, deswegen. Äh... Naja... Oh... Alter, wir haben Franzosen, sollen wir direkt aufgeben, oder was? Kapitulieren, drücken? Erstmal den Hypinger reporten. Ich kenn die Map nicht. Das ist egal, folg einfach die Steuer, die kennt... Achso, äh... Ja, warte, ich spiel Tedchoice, okay. Wer hat denn den Defuser eigentlich? Ich seh das grad nicht. Wahrscheinlich der Franzose. Ja, ne, wer hat denn? Wer hat denn? Ich seh's nicht. Der Franzose, wenn keiner von uns den hat, hat ihn der Franzose. Das ist aber... I know, I hate my life. Ich find bei der Map, wenn da aufmachen ist eher suboptimal. We need to locate a bomb. Weil? Nein! Also... Ne, so... Du hast so viele Winkel und Eingänge und was weiß ich. Wir haben eine Perlebar. Oh, alles klar. Hey, der Franzose spottet sich nach vorne hier. Geht hier wohl gar nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich... Puh, die Treppe... Die haben auch einen Joppa übrigens oben. Ja. Äh, ja. Ten seconds to go. Ah. Rook mit P90, Alter. Geh weg, ey. Oder Doc. Für'n Arsch, ey. Markus, folg mir einfach. Ich hab den Markus. Okay, den Markus. Okay, den Markus folgt mir schon mal nicht. Äh, ich komm zu dir. Aufpassen hier vor das Bettwindow. Das ist scheiße. Lass uns über den Train gehen. Okay. Hallo. Einer mit mir. Hat sich ein P90 an. Markus, da nicht hin. Achso, wo bist du denn jetzt? Boah, scheiße. Da war einer. Ich hab ihn nur angetödelt. Okay. Smoke und sehr viel Widerstand. Ich seh keine Fußspuren. Ja. Einmal Window aufschießen, bitte. Hat jemand noch ne Drohne? C4. Hab den nicht gesehen. Der ist im Eck. Bitte einmal reindrohnen. Ist injured. Ist injured. Äh, ne. Ist tot. Danke. Einmal reindrohnen. C4. Warte. Ja. Mira. Low HP. Da bei Bomber. A. F. Glock em live, low. Du scheiß Climag, danke. Wer meint, Mira war links. test test hallo hallo ich habe gehört habt ihr noch eine drohne ja schreibtisch mit einer pumpe war die camera dann kann ich ko bei 30 sekunden am fenster rechts markus gehe rein ich mache ich mache ich deck mich deck mich deck mich ich habe immer mehr was die dauert noch ein paar minütchen naja ich muss erstatten ja das sieht voll aber so richtig weißt du hauptsache auch so drogen machen wir drogen zuerst ja erst mal drogen ja dropper zu dropper auf ich bin dropper auf finde eigentlich aber auch gut verteidigen leute zwei leute mindestens oben also wenn ihr ihn aufmacht müsst ihr dort bleiben so wo sind wir denn jetzt ach so wer geht denn nach oben freiwillig dann muss ich ja wohl nach oben ist egal ich kann mich heilen ich sag mal achtung tschuldige soll ich jetzt zu machen nein die machen wir auch noch gut hast du noch hat irgendwer noch der claim ich habe noch einen höchstern machen wir die jetzt auch bitte jetzt auch jetzt auch ja ja ich bin danke irgendwo ist eine drohne und ich sehe sie nicht dort zwei leute oben er geht noch hoch twitch drinnen die am fuß der charge habe ich zerschossen bei mir ist party lesion irgendwo hier bei mir schon wer im bart window besten oben schön das war termite oben das war eine das noch hätte ich habe die türen ab dem füße vorsicht das tritt ist hier hier draußen ja alles klar ach fick dich vorzeit ich mach dich jetzt kaputt draußen ist der ping ja live ich werde raus fliegen blackbeard mit der wolver zerlegt du sind schnell Ja gut, ich wollt grad sagen, ne? Da ist... Da ist doch gerannt. Ich behaupte, wir kennen die Map noch besser als die. Wahrscheinlich. Ich kann auch Fetchermann kommen. Naja, alles gut, mach, also wie du das möchtest. Ich weiß eh nicht, wen ich im Angel spielen soll, keine Ahnung. Na gut, dann, okay. Twitch oder Hibana, Leute? Wenn du Twitch kannst, kannst du auch Twitch, das nervt richtig, ist dann auch gut. Ich war schon wieder nicht wie ein Diffuser und ich sehe das zurzeit nicht. Das wird auch nicht angezeigt. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? We need to locate a bomb. Uh, 6-0, Alter. Uh, die sind Jax. Echt? Ja gut, sehr schön. Ja, dann geh ich nach oben, ne? Äh, mir da, oder? Ja. Dann startet man auf der anderen Seite, Markus und Co, ne? Hm. Wo bei Kapitalbereich? Ja, 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 ja. Ja, egal, irgendwo auf der Seite zumindest. Es sei denn, du möchtest du das ganze Gebäude laufen. Nö, nö. Nö, nö, nö. Da bist du meistens nicht so der Fan von. Eventuell brauche ich dich dann um, wenn du um die Hedge auch zumachen. Nö, ach, die ist nicht mehr zu. Ach, easy. Wer hat den? Wer hat den? Wer hat den? Wer hat den? Ah, ja, ja. Entschuldigung. Er schießt jetzt. Wir haben Lesion. Kann ich den Diffuser, bitte? Bob? Ich bin der Baumeister. Bob Frost. Hey, don't run from me. Ich brauche den Diffuser, bitte. Bob! Er kommt, das zu dir. Was? Ah, Puls. Vorm Fenster. Warte, wo bist du hin? Ich bin oben, alles gut. Puls ist unten vor dem kleinen Fenster. Eigentlich will ich auch unten. Nein! Nein! Ja, Puls, Badezimmer ist jetzt bei Bombe B. Mira ist oben. Mira ist auf der Top. Maybe you can kill Mira. Bob, Bob. Ja, wer wer. Be careful, I open the door on the left side. Ich höre den Puls immer noch irgendwo. Ja, ich auch. So schön, ja. Nice. Da war er. Ja. Markus, genau, wenn du da reingehst, geh mal da durch. Genau. Rechts ist jetzt gleich eine Cam, wenn du hoch gehst. Cam, ja. Hast du noch eine Drohne? Ja. Bei du da? Ja. Da. Hast du gesehen, ne? Der ist nach nichts. Vorsicht. Der Puls, der scannt dich. Den Druck machen. Da ist er. Da ist er. Da ist der Puls noch. Das ist kacke. Ja. We need you. We need you. Open the door. Open the door on the left side. What the fuck? Here in here. You look to the drone? Jefferson went by the door. Ich bin da, und bin da in der Badezimmer. DenЖckens remaining. Da kommt er jetzt nicht durch. Nein? Jade. Ja, ich hab' so lange gebraucht da. Ja, egal. Das war kacke. Das Schild war auch richtig asozial, dass die da zu zweit hinter ist. Das ist zu zweit hinten. Ja, das ist mein Badezimmer, ne, das Schilder, ne? Ja, zwei. Vor allem zwei saßen dahinter, hätte ich eine Nate gehabt, Alter. Ja, ehrlich, na gut, komm, das machen wir jetzt. Ähm, Egoil, würde ich sagen. Gargäuel, oder wie das heißt? Nein, 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 ich finde Gargäuel schwer. Ich finde Schlafbereich, Kindertagesstätte ist ziemlich doppelt. Hier Initiation Room, Office? Oder wo meint ihr? Ja, ist gemerkt, ne, was ich habe. Also hier, Kindertagesstätte. Erste Uwe, Schlafbereich, Kindertagesstätte. Ja, auf Englisch. Ja, okay. Hey, Bob, don't run away. So, da wache ich auf, vorsichtig, geht er weg, alle weg, alle weg, alle weg. Und der Bob rennt hinter euch. Uiuiui, hör mal, Junge. Ja, wohl, okay. Willst du dir, du? Ich habe mich krank. Irgendwie muss er jetzt entkrankt, ist dann echt fertig. Ich habe mich nicht, Alter. Wenn ich schon von den Spot ist, dann bin ich, dann bin ich ja wirklich krank. Ich brauche da noch zwei Wände, glaube ich. Ach, kacke, die Hedges für den Arsch hier. Gut, zwei Wände, ich habe zwei Wände. Äh, da vorne, da vorne, da vorne. Äh, A noch, die Hauptmann da. Ja, mag ich. Mist, der Malwurf hat mich gebrannt. Easy. Äh, Steff, der Lukas hat sich da hinten versteckt, wo der Ping ist. Weil du hast ein Fenster in dem Bad, du kannst da weggeholt werden. Was? Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Oh. Ihr seid voll, ne? Danke, ich habe. Ja. Hedge. Ü. Ciao. Ciao. Train. Ich habe Ash gehedgehottet. Ja. Da war noch die Twitch, da war die Twitch auch noch irgendwo. Eigentlich. Spritz dich auf, Junge. Hier. Man nicht mich. Du brauchst das. Du brauchst das, hau mal, oh, guck mal, der ist Steff, Alter. Bei mir ist einfach dabei, ist alles. Der ist Steff, Alter, Hacker. Krass. Dreimal. Du kannst ja auch mal Kill machen hier, mein Gott. Was? So, spiel ich mal was anderes, spiel ich mal Ash, hab ich mal Bock auf Ash? Ach komm ich hab Bock auf Ash. Genau eben. Calls sind wichtig, einer ist wichtig, der andere ist wichtig, alles gut. Ich glaub ich mach mir gleich ne Suppe. Suppee. Das ist ne schöne Hühnersuppe. Und ein Rum dazu ne Markus, das hilft immer. Ich bin grad bei Bier, ich hab kein Rum mehr zur Zeit. Das passt schon immer auf Baustelle. Zwei Dosen Bier mitgehen lassen und fertig. Lauf. Wie kann man auf ne Baustelle Bier mitgehen? Äh, wieder oben. Kack Headset, hallo, Fick Headset. Hallo, hallo, hört mich wer? Ja. Ja. Hab die Bombe. Ich nicht. Hör auf dich da oben zu spotten. Your drone has found a bomb. Ich hab Drecken gefunden. Ne Markus, ne, auch ein Trainer ist was. Bleib stehen Jäger, ich will dich spotten. Äh, hier, machen wir hinten auf. Guck mal, guck mal hier, hat jedermann ne... Machen wir im Osten auf, sozusagen. Train und Osten der Letzte. Lass fallen, Steff. Wo ist denn das F? Ich mag dieses Köfferchen. Hier hab ich angehütet. Was ist das? Was? Schon wieder mein Lieblingsfenster? Äh, nein. Lass da ist jemand her. Markus, willst du zu mir kommen? Äh, wo ist was? Hier, da, Markus, da, da. Ich bin in Strain jetzt, ja. Ah, ich komm zu ihr, ja. Der Strain ist da, genau, dann machen wir hier einfach auf. Die Tür ist nämlich noch so easy. Da kann gar nichts passieren. Bei mir ist Lesion. Äh, beim B, Bombe B. Bist du deinem Zugatzer? Ja, ja, ich bin hier, mach mal auf, alles gut. Hier ist alles zu. Wow. Markus, genau, stell da nur ne Claimor und dann ist alles easy. Jo, wir sind beim Bombe B aimed, Mira aimt, Bombe B. Äh, der Lesion ist im, äh, Strain. Süden. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut. Du Alter, wie schlecht ich bin. Markus, da, aufmachen. Komm hier rum, Markus, komm wieder rum. Schön. Mir da ist A. Äh, Bombe B. Markus, nicht reingucken. Abgefahren. Sehr gut. Mir da A. Egal. Okay. Der ist bei mir, der letzte. Ich bin tot. Wo bei dir? Deck mich, deck mich, deck mich, deck mich. Ich plante. Meiner. A4 in the middle. Eine A4 in the middle. Kein kreisest. Scheiße. Der ist bei mir, der ist bei mir. Ich bin tot. Woher wusstest du denn sofort, dass du tot bist? Weil ich drei HP hatte und in der Lesion Mine war. Achso. Okay. Und ich wollte sie nicht rausziehen. Where you cut up. Easy. Aber richtig, mein Gott. So. Dann hol mal Basti ab. Yo.